Neuötting ist eine Stadt im oberbayerischen Landkreis Altötting. Geografie Sie liegt am in zwei Kilometer nördlich des bekannten Wallfahrts Altötting, rund 70 Kilometer nördlich von Salzburg, 80 Kilometer südwestlich von Passau und knapp 100 Kilometer östlich von München. Es gibt 36 Stadtteile. Geschichte Der Ort Oötting wurde im Jahr 748 erstmals erwähnt und war im 9. Jahrhundert eine karolingische Königspfalz. Ort und Pfalz wurden bei einer Invasion der Ungarn 907 zerstört. Der Wiederaufbau fand an zwei Stellen statt. Die an der einen Stelle wieder aufgebaute Siedlung trägt heute den Namen Altötting. Während sich zur gleichen Zeit auf einer gut zu verteidigenden Bergterrasse über dem Inn angelegten Handelsstadt das heutige Neuötting entwickelte, durch die verkehrsgünstige Lage am Übergang der Straße von Regensburg nach Salzburg über den Inn konnte sich die Stadt gut entwickeln. Im 13. Jahrhundert wählten die Herzöge von Bayern Neuötting zur Residenzstadt. Sie verliehen dem Ort 1321 Dickersekunden Stadtrecht. Neuötting wurde außerdem Sitz einer Münze, die von 1240 bis 1486 bestand. Die Stadt verdiente darüber hinaus gut an ihrem Stapelrecht. Neuötting war im Spätmittelalter eine Art Drehscheibe und einer der wichtigsten Verteilerknoten des Salzhandels. Halleiner Salz wurde per Schiff auf der Salzach befördert und ab Burghausen auf der Landstraße nach Neuötting gebracht. Ein Teil des Halleiner Salzes kam auf der Salzach bis zu ihrer Mündung und den Influss aufwärts nach Neuötting, wo es auf Wagen umgeladen wurde. Reichenhaller Salz kam über die untere Salzstraße über Traunstein und Hostberg nach Neuötting. Von dort aus verteilte man das Salz in ganz Ober- und Niederbayern. Das Stapelrecht für Salz und Getreide wurde 1649 aufgehoben, was der Wirtschaft und dem Wachstum der Stadt einen Schlag versetzte, von dem sich Neuötting nie mehr erholte. Andere Städte der Region überholten Neuötting, das auf den Status einer Kleinstadt zurückfiel. Von 1906 bis 1930 war Neuötting durch die Dampfstraßenbahn Neuötting-Altötting mit Altötting verbunden. Stadtbild Das historische Stadtbild leitet sich direkt von der Topografie ab. Auf einem Hochplateau mit steil Abfallende hängen gelegen, folgt der Grundriss der Altstadt dem langgezogenen, in der Mitte aufgeweiteten Marktplatz, an dessen Enden sich jeweils ein Stadttor befindet. Auf den Marktplatz stoßen von beiden Seiten Gassen, die teilweise durch Schwebbögen vom Platz abgetrennt sind. Die Architektur ist geprägt durch den In-Salzach-Stil, der auch in den Altstädten benachbarter Städte wie etwa Mühldorf A., In- und Tittmoning anzutreffen ist. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Pfarrkirche Sankt Nikolaus, eine große dreischöfige Hallenkirche der Spätgotik. Wegen ihrer exponierten Lage am westlichen Ende des Hochplateaus ist sie aus größerer Entfernung sichtbar. Stadtgliederung Außerhalb der Altstadt liegen die Vorstädte Sankt, Sebastian Sankt, Anna und die Fischervorstadt, die östlich der Stadt gelegenen Orte der ehemaligen Am 1. Juli 1971 Eingemeindeten Gemeinde Alsgern wurden Stadtteile von Neuertting. Hierzu gehören Alsgern, Jaubing, Mitterhausen, Mittling, Schwebfing und Unterischelbach. Wirtschaft und Infrastruktur Neuertting ist über die Autobahn A94 Anschlussstellnummer 23 die Bundesstraßen B299 und B588 ans übergeordnete Straßennetz angebunden. Regionale Straßenverbindungen bieten die Stadtstraßen 2550 aus Mühldorf 2107 nach Burkkirchen und 2108 über Emmertting nach Burghausen. Im etwa zwei Kilometer entfernten Eisenfelden befindet sich der von der Südostbayernbahn betriebene Bahnhof Neuertting an der Bahnstrecke Mühldorf-Simbach am In Politik Stadtrat Nach der letzten Kommunalwahl am 16. März 2014 hat der Stadtrat 20 Mitglieder. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,55%. Die Wahl brachte folgendes Ergebnis. Weiteres Mitglied und Vorsitzender des Gemeinderates ist der Bürgermeister, Städtepartnerschaften Tschechien-Tschechien, Nova V. Selnais, Vereine, der Spielmanns- und Fanfarenzug Neuertting e.V. ist 1960 gegründet worden und tritt seit 1968 mit der historischen Bürgerwehruniform von Neuertting aus dem Jahre 1820 auf. Die Faschingsgesellschaft Neuertting e.V. wurde 1975 offiziell als eingetragener Verein gegründet, wobei der Verein eine viel längere Geschichte hat. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Neuertting e.V. wurde im Jahre 1860 gegründet. Sie ist die älteste Freiwillige Feuerwehr im Landkreis. Der TSV 1852 Neuertting e.V. wurde 1852 gegründet und ist der größte Sportverein der Stadt. Es gibt die Abteilungen Fußball, Tennis, Basketball, Tischtennis, Turnen, Ski, Kegeln und Karate. Sehenswürdigkeiten Die stattliche spätgotische Stadtpfarrkirche Sankt Nikolaus mit ihrem 78 Meter hohen Turm Dann wurde 1410 von Hans von Burghausen begonnen und erst 1623 abgeschlossen. 1878 bis 1896 fand eine umfangreiche Neugestaltung statt auf, die das Rippengewölbe im Langhaus zurückgeht. Während die Wölbungen des Goris und der Seitenkapellen aus dem Mittelalter stammen, Die Einrichtung ist bis auf das Orgelgehäuse von 1643 größtenteils neugotisch. Die spätgotische Nebenkirche Sankt Anna wurde 1510 erbaut und 1511 geweiht. Die ehemalige Siechenhauskapelle enthält ein Schnitzwerk der Heiligen Sippe um 1515. Die spätgotische Spitalkirche HL Geist entstand um 1500 an einer Kapelle von 1423, die als Seitenkapelle erhalten blieb. Der Rococoelter stammt aus der Landshuter Dominikanerkirche. Die 2006 eröffnete Parkbahn Neuerting hat eine Gleislänge von 505 Metern und eine Spurweite von 7 und ein Viertel Zoll. Persönlichkeiten Hauptartikel In Neuerting geboren Anton Haugeneder, Schriftsteller, Günther Reibautschick, Fußballspieler, Trainer und Funktionär, Hermann Wimmer, Politiker, mit Neuerting verbunden Karl Freiherr von Leo Prechting, Volksgündler und Genealoge, zog 1854 nach Neuerting und war hier Distriktrat und Landwehrmajor. Josef Sönbauer, Lederfabrikant und Lokalpolitiker, wuchs in Neuerting auf. Max Halbe, Schriftsteller, lebte und starb in Neuerting. Franz Ackermann, Maler, wuchs in Neuerting auf. Stefan Mayer, Politiker, Gerold Tandler, Politiker.